Wir spielen heute, ähm, wie heißt das? Äh, Escape the Facility. Okay, wir spielen heute Escape the Facility. Ich escape nicht der Facility, weil ich bin die Bestie, okay? Die Bestie will die Leute davon... Oh! Ich bin stuck in... Ich hab erstmal gelesen, ich bin die Bestie, und hab das dann laut vorgelesen. Äh, okay, ich suche jetzt die Leute. Ronda, ich hab dich gerade gesehen, du bist an mir vorbeigeleuchtet. Ich seh dich gar nicht! Huch! Guck, kein Brennerwand. Ho, ho, ho! Oh, ich die Ronda! Ja, Ronda, siehst du mich nicht! Doch, jetzt seh ich dich! So, Mann! Das ist ja über klein, das war das. Nee, das bin ich nicht! Ich bin hier hinten in der Wand, du wirst mich nicht kriegen, glaube ich. Ich kann nicht in den Gang rein! Ja! Ich glaub, ich bin zu groß! Okay, ihr seid so kleine Krepel. Du sollst mal ne Hammer da an! Ja! Ronda, 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 geh mal bitte raus hinter dir! Ich bin raus! Nee, Ronda, hier siehst du nicht die Hände durch die Wand gucken! Doch! Ja, da will... Ich hab die Tür aufgemacht! Das war mein Freund der Sonne! Hört ihr auch manchmal so, oder? Ich kann dich nicht mal hauen, du steckst in der Wand! Du bist safe! Mit uns sind wenig weitere Leute im Spiel! Probier's mal von der anderen Seite! Ich möchte nicht stuck sein! Wieso hab ich das nicht kapiert, ohne Roblox? Ah, warte, du triffst mich, glaube, oder? Nö! Pfff! Haha, du bist stuck! Doch! Oh, leil! Hast du mich grad... Hab ich dich erwischt, jetzt? Ich glaub schon, aber ich bin buggy! Warum kommt so ein roter Schlauch aus dir raus? Hahaha! Aus deinem Fuß kommt ein roter Schlauch! Mann, das sieht mir nicht! Türchen! Wahrscheinlich, weil du mich... Ah, ich weiß wieso! Kennt ihr das Spiel? Wieso ist denn dieses Schlagen so langsam? Das find ich gut! Welches Spiel kennen wir, Tops? Äh, Dead by Daylight! Das ist so aufgebaut! Ja! Stimmt! Das ist wirklich so ähnlich wie hier! Verbleibende Computer! Flo, oh mein Gott, Flo, bitte! Okay, wieso sollst du denn jetzt beide noch verbleiben? Ich hab ziemlich sicher Tops gekillt! Was ist das hier? Das Ding ist nämlich, bei Dead by Daylight ist das so... Du musst du... Als Jäger musst du nämlich gucken, dass du die Leute K.O. schlägst und dann in solche Kapseln bringst. Oh, ich seh hier ist ne Kapsel! Aber wie bring ich dich? Du musst die Leute quasi, glaub ich, schlagen und dann... Aber... Du musst die dran hindern, dass sie rauskommen. Ey, das ist voll cool! Das dauert ne Weile bis zu Türen! Ah, ich verstehe! Ich muss Generator aktivieren! Ah, okay! Und deswegen ist bei mir auch der Generator markiert! Oh, da ist Ronja! Oh, ich hab da grad jemanden umgezwiebelt! Umgezwiebelt! Ist der jetzt tot? Kriege ich den hier in die Kapsel? Flo, schau auf! Kannst du bitte mal in die Kapsel gehen, Freud! Ja, Flo, mach das mal! Ich bin hier die Ablenkung! Hey, das macht doch gar keinen Sinn! Hä doch! Du musst die schlagen und dann hast du die an der Leine! Dann musst du die, äh... Aber ich hab den nicht an der Leine! Dann musst du die ja schlagen! Ich hab den geschlagen! Oh doch, ich glaub ich hab den an der Leine! Kann ich den... Ey, der läuft wieder! Tch, 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 tch! Tch, 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 tch! Wieso bin ich stark? Warum hab ich das Precht? Ja, wie hab ich dich denn jetzt an der Leine? In jedem Spielmodus muss ich irgendwie immer derjenige sein, Ich weiß... Hä? Du killst ihn grad! Ich kann den nicht killen! Keine Ahnung, es ist... Du musst ihn, du musst ihn mitnehmen! Du musst ihn irgendwie mitnehmen! Ich kann den nicht mitnehmen! Ich würde ihn ja gerne mitnehmen! Aber ich weiß nicht wie... Ja, wir hätten grad den Generator hinter, Ronja! Nein, jetzt warte es mal nicht! Ich hab den jetzt an der Leine hier! Ich hab den... Dann musst du ihn zu, glaubst, einer Kapsel bringen! Ja, hier ist doch so eine Kapsel! Ja, dann musst du ihn, glaubst du... Jetzt ist er wieder weg! Muss ich! Oh Mann! Hä? Es ist gut, dass Ronja ein Profi ist! Ja, Ronja ist tatsächlich eigentlich so... Klasse... Tops, du bist stark in der Wand! Was bist du? Das ist echt so! Also... Ich... Ich bin die mentale Unterstützung, wenn man das soll... Äh, für euch beide! Oh, okay! Okay, pass auf! Ey, ich finde das aber voll witzig gemacht! Es ist witzig gemacht! Also... Verstehst du das Prinzip? Ich verstehe! Ey, ey, ey! Der... Der hat ja schon wieder meinen Generator hier! Zack! Hier war ein Freund der Sonne! Der tut so, wenn er sich hinlegt... Also, ob ihn das rettet! Aber... Damit du denkst, dass er tot ist! Ja, aber ich... Ich hau den jetzt einfach... Ich hau den immer und immer wieder! Bam! Du musst ihn mitnehmen! Du musst ihn mitnehmen! Ich kann den nicht mitnehmen! Pass auf! Fack ihn doch einfach! Fack ihn doch einfach! Doch, jetzt hast du ihn! Du hast ihn! Jetzt in die Kapsel! Hier, ab in die Kapsel mit dir! Falle! Toreas wurde gefangen! Ich bin Profi in dem Spiel! Ich verbleib in dem Computer 3! Okay, das heißt, ich hab noch ne Chance! Technisch gesehen! Ich hab verstanden, was ich machen muss! Oben links siehst du die Lebensanzeige von dem, wie viel Zeit nicht bleibt, oder? Jaja! Verbleibende! Genau, wir haben verbleibende Zeit! Ähm... Was denn? Hört auf meine Computer zum Hacken! Idiot! Ich seh gar nicht! Hier ist es, hier ist es, hier ist es! Run! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh ich seh dich! Du weißt es droht bei uns! Verzieht euch! Hä? Ich hab den schon mal gekehrt! Hast du den befreit?! Nein, ich hab keinen befreit! Aber vielleicht hast du der andere gemacht! Oh! Komm her! Ey du hast dich gekehrt hier grad! Ja schon, aber... Irgendwie das mit dem... Die ziehen, das ist ein Buggy System! Okay, das funktioniert manchmal, aber oft eigentlich nicht! aber ich kacke es einfach bei jedem spielmodus ich lege es nicht mal darauf an bei den hide and seek extreme vier spielen wurde ich dreimal oben auf der map drauf geportet und das vom anfang an das heißt ich auch machen können aber du musst hier richtig lang drauf bleiben damit du hext Nein, die ist weggegangen. Nein! Nein, nein, nein! Tom, komm jetzt mit! Nein! Nein! Au! 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 Nicht fest! Nicht fest! Au! Au! Jetzt kann der Kapsel noch dahinten sein. Hilfe! Kann jemand mal... Okay, ein bisschen sanfter bitte. Au! Ah! Au! Nein! Tja, Flo. Hallo Ronja. Kannst du mich irgendwie... Ich bin immer noch... Tops, ich kann dich nicht retten. Kannst du es nicht mehr probieren? Ich kann nicht mal bewegen. Ich bin ein Geist in der Wand. Ich hab doch versucht, dich zuhaut. Reset dich doch, wenn du verpackt bist. Das kann man ja machen in Roblox. Drück mal Escape. Probier das mal. Kann ich die nicht nehmen? Slash help. Ja, mach ich einfach mal. Slash help. Du hast mir jetzt schon besetzt. Ja, danke! Nein! Du hast immer mich befreit, weil du den anderen zu nah ran gelassen hast. Komm jetzt her. Violetta. So, hab ich dich jetzt alleine? Nö! Hat die auch eine Freundin zum Fahrrad gesendet? Ja. Ich würde die gerne nehmen, aber ich kann nicht. Ja, nimmst du doch. Mach ich jetzt. Bäm, falle. Florian, kannst du mich bitte... Florian, schon wieder! Ne, 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 ich kann nicht jetzt hier. Okay, pass auf, ich camp jetzt. Das ist nicht erlaubt, oder? Doch, das ist sehr wohl erlaubt. Ja, ich bin da bei deiner Alarmanlage. Hier ist noch so'n Typ gewesen, ne? Warte, warum war es denn hier? Der will sie befreien, der will sie befreien, hier hinten. Oh! Der kann sie nicht befreien. Bei der Tür war der eben. Kann sie nicht befreien. Ich kann's leider nicht erkennen, weil's ein bisschen verpackt ist. Nein, nein, nein. Eben. Wo bist denn du? Ja, ich hab noch andere Generation gefunden! Tobias? Ich bin hier an der Tür links. Die liegt's schon wieder an. Denk die hier, die kann einfach weglaufen. Er hat sie befreit, das weißt du schon, ne? Ahhhh! Da kommt die Bestie in der Augen hier raus. Ne, die Beste. Rindja hat am Anfang so gesagt, Ey, ich bin die Beste! So richtig motiviert. Da, da steht da, du bist die Beste. Hab ich gesagt, nice. Ich bin die Beste! Oh, warte. Komm jetzt her, Flo! Komm jetzt her! Wo zur Hölle? Wieso bist du schon wieder? Ja, da hat er eine Generation! Ja! Ah! Verbleibende Computer 1! Ja, shhh! Den garte ich jetzt mit meinem Leben, okay? Oder gibt's mehrere? Ich glaub, es gibt mehrere Computer. Ach, das ist doch Rotze! Rindja ist richtig aggressiv, ey. Das ist doch ein... Ah! Ich bin auch so langsam. Wie komm ich hier wieder raus? Es ist so dunkel, ich seh nichts. Ich komm hier nicht raus. Hier komm ich raus. Hier! Ah! Kann es eigentlich sein, dass ich irgendwie verflucht bin oder so? Komm jetzt ran! Au! 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 Wenn wir zusammen gespielt haben, ne? Hier ist es keine Kapsel, wir suchen keine Kapsel für dich. Ich hab zugekommen. Ja, ich hab dich ja... Hat der auch immer drüber nachgedacht? Ja. Flo ist in Nüchternschaft gekrabbelt. Okay, Topps, hörst du dich jetzt? Wo bist du? Hm? Ja! Ich will dich retten. Ich wollte dich gekrabbeln, das war gehumpelt. Ich bin immer noch in der Wand, die... Da! Die, die... Ey, der Spielboden ist voll in der Eis. Schuße hier, die nehm ich immer mit. Die entkommt mir nicht. Ich find's gut, dass Ronja beschäftigt das grad. Ja, jetzt zeig ich, wo's lang geht. Ich bin... Ich bin... Hier, wie siehst du die Hände? Was denkt die denn, wer sie ist? Nö. Wie das einfach aussieht, wie sie... Hier siehst du die Hände? Ah doch ja! Ja, passt du auf sie auf? Ich kann nicht auf sie auf, bringen sie erstmal rein, aber... Okay, mein... Topps ist einfach so... Die Wand! Ja. Ey, die rennt weg! Ronja bockst zuerst wieder. Ey, die rennt weg! Ja, du musst die Tür aufmachen. Ich hab's versucht. Ich will die aber gleichzeitig hier auch an der Angel haben. Ja, die ausgängig sind. Ronja, bewache die doch einfach erstmal, weil dann ist sie weg. Ich kann... Ja. Dann kannst du wenigstens einen schon mal dran gehindert. Wir haben einen Computer, wir müssen uns auf den ausgängig sind. Wenn ich dich umgenietet hab, dann kann ich... Pass auf. Dann kann ich... Topp! No! Oh! Oh! Seid frei, meine Mitspieler! Nein! Das ist doch toxic! Okay, wir müssen uns noch ausbrechen. Finde einen Ausgang! Ich steh oben rechts und... Doch! Einer ist geliebt, oder? Einer ist geliebt. Einer ist geliebt. Du bist geliebt, Topps. Tut mir leid. Ich mein, der ist Mörder. Möchtest mich kriegen. Ich kann nicht. Ich würd dich ja kriegen wollen. Die Leute, das war richtig gedankt, die Tür aufzumachen. Aber ich glaube Ronja schaff's hier nicht. Ihr seid solche blöden Schummler. Und ich find's nicht gut. Warum Schummler? Welcher... An welcher Tür seid ihr überhaupt? Man sieht das nicht mal. Ich mag schnitzelissen kommen. Was? Hier ist die Tür. Nein! Ja, Ronja, also... Ja, aber du hast gut gekämpft. Du bist die Beste. Auf wenigsten Ronja. Einen hast du aber nicht abbauen lassen. Einen hast du echt gehalten. Einen hast du echt beide gehalten. Also Ronja, ich bin immer... Also ich muss schon sagen, deine Leistungen sind einfach enorm. Du hast dein Bestes gegeben, um mich festzuhalten. Du hast es geschafft. Die anderen konnten mir nicht ein bisschen helfen. Aber... Ich gewiss das jetzt hier, ne? Schon klar, ne? Ja, mehr oder weniger, also. Also, ich mein... Eigentlich schon, ne? Ich mein... Ja, eigentlich... Ja. Du bist ja noch in der Runde. Ich bin schon in der Lowie. Ja. Ja, keine Ahnung. Denkst du, dass der letzte noch in drei Minuten entkommt? Ich weiß es. Ich weiß... Ich kann mir ja meine letzten Fragen, was der... Welche Tasse war zum Ducken? Schifft, oder? Schlag ihn doch einfach in die Wand. Ich hab's schon versucht. Warte. Kannst du vielleicht klippen? Komm ich vielleicht raus? Nee, oder? Schifft, oder? Nee, warte, warte. Lass mich wenigstens gucken, dass ich hier an... Was machst du denn immer? Kannst du mich jetzt rausziehen irgendwie? Bitte, Ronja. Ja. Ich versuch's doch. Warte. Habe ich nicht? Ja, ich bin endlich wieder draußen. Ach, Ronja. Okay, ich bin auch frei. Du kommst hier nicht raus. Ich gade dich jetzt zwei Minuten und schlag dich immer wieder bewusst los. Weil du dich immer wirklich lustig gemacht hast. Das sieht ja Punkte ab, ne? Wieso? Ah! Das zieht mir keine Punkte ab. Wieso? Wo sollen wir das denn Punkte abziehen? Aha. Guck mal, weißt du, wenn ich dich jetzt einfach in so ne Kapsel einsperre? Nein, nein, Ronja, das wär aber unfair. Topflut gefangen? Ja, RIP, das war's. Spiel vorbei. Topflut verloren. Ziegeltops ist eingefroren. Ha! Nanu? Ah, lol. Ja, das ist natürlich schade. Ich würd sagen, äh, wie vorher gesagt wurde, für immer gefangen... Und die Beste. Die Beste hat gewonnen. Ach, lol, es gab nur drei Spieler. Was soll ich so machen? Ja, gut. Lief gut, würd ich sagen. Ähm, jetzt versteh ich das Spielkonzept auch. Ähm, ja. Aber ist witzig eigentlich. Ist eigentlich ganz witzig, doch. Ist echt mega witzig. Ist nicht schlecht. Guck mal, ich bin halt hier die kleine Erklärung. Ist ja cute. Ja. Naja, gut. Es ist ein bisschen buggy mit der Saiyan-Mechanik, aber vielleicht gewöhnt man sich. Ich bin so ein Film. Okay, alles gut, bis zum nächsten Mal. Geist. Geist. Oh, 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 oh.